Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Julian an. Dieser hat über Reicherts die Geistens geschrieben, welches er mit 4,6 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Heute möchte ich dir ein kostenloses Buch empfehlen. Ich empfehle es, weil ich davon überzeugt bin und nicht, weil ich dadurch Geld verdiene. Woher soll denn auch bitte das Geld kommen, wenn das Buch kostenlos ist? Ich weiß, der Titel klingt reißerisch. Ich war am Anfang skeptisch. Doch da ich den Autor bereits kannte, habe ich mich für das Pre-Launch-Team beworben und wurde angenommen. Wir als Pre-Launch-Team haben ein Exemplar noch ungesetzt auf DIN A4 Blätter bekommen. Wir durften es Probelesen und Verbesserungsvorschläge einbringen. Reicher als die Geistens. Ich bin begeistert von diesem Buch. Das Endergebnis mit Infografiken und Co. hat am Ende 450 Seiten voller kostenlosen Content. Kein einziges Wort in diesem Meisterwerk ist überflüssig. Dieses Buch ist in drei Teile gegliedert. Erster Teil. Mindset und wichtiges Wissen als Unternehmer deines Lebens. Zweiter Teil. Die Werkzeuge als Manager deines Lebens. Dritter Teil. Wie man eine Geldmaschine baut, erklärt an Immobilien jedoch so geschrieben, dass man das problemlos auf jeden Teil deines Lebens übertragen kann. Der Autor dieses Buches ist Immobilienmillionär. Eventuell kennst du ihn ja. Er heißt Alex Fischer und kommt aus Düsseldorf. Er muss sein Wissen nicht verkaufen. Er hat immerhin schon über 10.000 Quadratmeter Wohnfläche plus Gewerbefläche in Düsseldorf. Vor drei Jahren hatte er Probleme. Das, was er machte, füllt ihn nicht mehr aus. Ihn füllt das aus, dass er sein Wissen an interessierte Menschen weitergeben darf. Und hat das zu seinem Lebenshindern gemacht. Aus seinem Herzblut ist jetzt dieses kostenlose Buch entstanden. Wenn du dich hier einträgst, erhältst du als einer der ersten eine Mail mit dem Vorbestellungslink, über den Prelaunch Mitglieder vorbestellen können. So dass du das Buch kostenlos als einer der ersten erhältst. Eventuell kommt noch ein minimaler Zuschlag von wenigen Euro für Versand plus Verpackung dazu. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben und bebettet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de